Servus Leute, ich bin Sascha, willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht heute mal seriös unterwegs, das hat den Grund da, wir heute einen Porsche abfilmen. Und nicht irgendeinen Porsche, sondern wir filmen hier mehr oder weniger das Ende der Fadenstange, den Endgegner ab. Und zwar eine 901.2 Turbo S. Viel Spaß mit dem Video. Also Leute, wie erwähnt, 901.2 Turbo S, 911er. Kennt ihr alle von klein auf, weiß jeder, was ein 9R ist. Schauen wir uns das gerne mal ganz kurz gemeinsam an. Das ist die Baureihe 991.2, sprich 991er Baureihe, nicht mehr die ganz aktuelle. Es gab ja den 991.1, der wurde glaube ich, ich glaube von 2011 ungefähr, also die gibt es richtig lange schon, die Baureihe. Und dann gab es das Facelift 991.2, den haben wir hier auch. Muss ich wirklich sagen, von 991.1 zu 991.2 hat sich wirklich einiges getan, optisch finde ich. Vor allem die Rückrichter zum Beispiel und auch so ein paar andere Exteriorsachen. Und das Facelift Modell 991.2 wirklich ein wunderschöner Wagen. Und es ist scheißegal, ob wir da vom GT3 reden, GT3 RS reden, vom Turbo oder vom Turbo S. Alle Mega-Autos. Hier haben wir jetzt den relativ Serien 991.2 von außen. Ja, wie gesagt, Abgasanlage ist aber verändert und zwar haben wir da eine Techart-Abgasanlage. Techart ist bei mir hier fast ums Eck. Die sind ja mehr oder weniger spezialisiert auf Porsche und der hat hier eine Abgasanlage von denen. Die hören wir uns auch gleich nochmal an. Ich würde sagen, das ist mit Sicherheit nicht verkehrt, denn da ist nicht nur die Techart-Abgasanlage drin, sondern Techart-Abgasanlage rein, Kats, raus. Also, das wird auf jeden Fall ein gutes Video werden, wie ihr es schon kennt. Ansonsten schauen wir gerne mal ganz kurz rein in den Wagen. Hier muss ich wirklich sagen, ist halt Porsche von der Qualität her. Und helles Leder finde ich auch echt nice. Vor allen Dingen, wenn man einen schwarzen Fußraum hat, weil dann ist es nicht so empfindlich wie sonst. Und ja, sonst gibt es da gar nicht so viel zu sagen. Den Innenraum kennt ihr wahrscheinlich alle schon mehr oder weniger. Ist ja relativ ähnlich zu den anderen 911.1.1 und 2. Dann hier generell Turbo S-Variante mit der Keramikanlage. Seht ihr jetzt hier, ja, mega Anlage. Ich weiß zwar nicht, was die kostet, wenn die defekt ist, aber dann wird es auf jeden Fall teuer. Ich glaube, da müssen wir das Auto verkaufen, wenn die mal kaputt ist. Aber ist ja bei Keramik eigentlich nicht der Fall. Die sollte eigentlich nicht kaputt gehen. Ansonsten habt ihr hier die rausfahrbare Lippe. Die ist, glaube ich, ist die nur beim Turbo S oder auch beim... Die ist auch beim Turbo normalen. Auch beim normalen Turbo. Genau. Aber auf jeden Fall nice, wenn man da entsprechend in den Modus geht, fährt die unten raus. The 911 extends its claws. Frontspoiler and rear wing shift to maximum downward pressure. The fun can begin. Auch ein wunderschönes Teil. Jetzt würde ich sagen, wir machen mal ganz kurz hier einen Soundcheck noch. Und wir hören uns mal den Boxer an. Denn wir haben hier einen Sechszylinder, 3,8 Liter sind es, Boxer-Motor. Kann ich euch auch noch mal ganz kurz was zu sagen. Bei Porsche habt ihr beim 911 den Motor hinten. Sprich, ihr habt relativ wenig Bauraum für den Motor. Und eigentlich ein, ich sag mal, komisches Konzept von dem Thema, von der Gewichtsverteilung. Aber Porsche macht es sehr, sehr gut. Und zwar mit dem Boxer-Motor. Boxer-Motor heißt praktisch, ihr habt den Motor und die Zylinder stoßen, diese Kolben stoßen, gegenseitig nach außen. Das heißt, wie so ein Boxer, schlagen die so nach außen. Einmal in die Richtung, einmal in die Richtung. Und durch die Bauform habt ihr eine relativ kleine Fläche, die der Motor braucht. Und das ist relativ kompakt. Und deswegen passt es hier ohne Probleme rein. Und bei Porsche wisst ihr sowieso, macht unendlich viel Leistung und Fahrspaß und Qualitarif einfach top. Jetzt bleibt ihr gerne mal kurz hinten stehen. Wir machen einmal an und zwar direkt hier im Sportstopp-Lutmodus, dass da was geht. Also ich denke sogar, da kommen auch Flammen raus. Vielleicht sehen wir das gleich noch im Tunnel, müssen wir echt mal gleich schauen. Aber es war gerade geisteskrank laut, muss ich echt sagen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, weil der unten gar nicht geschossen hat. Aber jetzt schon. Zur Software, die ist übrigens Serie von der Leistung. Also 580 PS, 750 Newtonmeter. Die wecken hier schon alle auf. Nichts gemacht, nur halt entsprechend die Cuts rausprogrammiert. Und jetzt würde ich sagen, wir drehen mal eine Runde und schauen uns das Ganze mal an, wie das so performt. Super. Was für ein Sport aber. Ich war so wie du hier. Einmal nach rechts gedreht. Einmal nach rechts? Echt? Unum hat er nicht geschossen, einmal höher und dann hat er richtig geknallt. Also Leute, wir sitzen drin im 911er Turbo S. Das ist für mich das erste Mal, muss ich sagen, dass ich so einen leistungsstarken oder so, sag ich mal, Turbo fahre, Turbo S fahre. Bisher nur ältere Modelle oder nichts so starkes gefahren. Deswegen bin ich sehr gespannt, was alle immer sagen. Porsche ist sowas Besonderes und fährt sich so krass. Wir schauen uns das auf jeden Fall jetzt mal gemeinsam kurz an. Den haben wir schon drin, perfekt. Läuft schon gut. Und hören wir mal rein erstens mal. Ich bin echt gespannt, wie das sich handelt, weil im Stand gerade hat er ja schon übel geschossen und war echt laut. Und jetzt schauen wir mal, wie sich die 580 PS so verhalten hier und 750 Newtonmeter. Alter. Ich weiß nicht, ob man das alles hört wohl bestimmt. Es ist schon laut, Alter. Aber wir haben gerade mal kurz aus dem ersten Gang raus. Der schiebt schon ordentlich. Und da ist ja nicht mal Software gemacht. Also der hat die Standardleistung. Lass uns mal noch ein bisschen zurückfallen, dass das hier geht. Dass wir auch in der Geschwindigkeit bleiben, die wir hier dürfen. Zweiter Gang. 60, 65. Da geht was, Jungs. Jetzt kommt mal eine Unterführung noch. Schauen wir mal kurz. Also echt krass. Ich würde sagen, wir fahren gleich mal kurz auf die Autobahn da vorne. Jetzt ist der beste Tag zum Freitagnachmittag. Alle wollen nach Hause. Alle wollen bei dem schönen Wetter irgendwas machen. Wir schauen auf jeden Fall mal, ob wir kurz auf die Autobahn können, weil da ist direkt unbegrenzt. Und dann schauen wir mal, ob wir da mal so, keine Ahnung, 80, 90 bis 200, 250, 300 drehen können. Dann einfach mal schauen, wie der so durchmarschiert. Da lassen wir nochmal selber schalten. Weil Porsche kann das ja bekanntlich alles ganz gut. Wir haben jetzt hier auch von Porsche, ist das PDK, sprich Porsche Doppelgutungsgetriebe haben hier drin. Also ich muss echt sagen, das schaltet perfekt, ultra gut. Ich weiß nicht, ob das Video schon lief, aber ich habe neulich einen Aventador für einen Videodreh da. Schau dich das einfach mal an. Hier bin ich zwar nicht selber gefahren, aber auf dem Beifahrersitz muss ich euch echt sagen, da schüttelt es einen durch wie sonst noch was. Das ist hier cooles Entspannt und ultraschnell. Also wirklich, ich verstehe so langsam, warum alle sagen, Porsche ist sowas Besonderes und sowas Krasses. Ich verstehe so langsam, warum das ist. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Also ihr habt gerade schon die Außenaufnahmen gesehen, ich muss sagen, also jetzt bin ich eine Weile gefahren, es ist echt brutal, also man merkt es auch richtig, wie geil sich das Auto einfach fährt, das ist einfach ein Porsche, muss ich wirklich sagen. Jetzt fährt es mir doch noch schnell auf die Autobahn, mal schauen, ob da was frei ist und dann lassen wir mal noch kurz knallen, schauen wir mal, ob es klappt. Ich fahre jetzt hier gerade schon drauf. Warte, wie der schießt. Oh, das. Also keine Ahnung, wie schnell das war, aber es war einfach mal kurz 230 aus, von, keine Ahnung, 80, weil wir uns da zwischen dem LKW einfädeln mussten. Also echt geisteskrank, auch wenn du so einen Gang gehst, 580 PS, schießt schon, also schiebt ordentlich, muss man echt sagen. Also Leute, wir sind durch mit dem Video, echt ein geisteskranker Wagen, danke nochmal, dass ich den fahren durfte, 9.1.2 Turbo S, ich muss echt sagen, es ist für mich verständlich jetzt, warum Porsche, alles zu Porsche sagen, dass es so krass ist. Flammen haben wir jetzt leider keine gesehen, weil es hell war und Tunnel war, alles voll und ja, holen wir irgendwann anders mal nach mit dem anderen Wagen, aber dennoch fand ich es echt ein top Video. Wenn ihr Bock habt auf mehr so Videos, gebt gerne mal Bescheid, welche Autos ich mal organisieren soll oder wenn ihr eins habt, dann schreibt mir gerne mal, dann komme ich vorbei und dann machen wir das. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, haut rein, ciao, bis dann. Bis dann, bis dann.